da sind wir was geht ab happy nikolaus oder wie man so sagt frohe nikolaustag wie sagt man eigentlich das ist eine kleine ankündigung heute am nikolaustag gibt es nämlich einen fetten weihnacht stream ihr habt richtig gehört heute ist mein weihnacht stream sechs stunden sind geplant ja also wenn ihr nur kurz zeit habt irgendwann ab 18 uhr können ja mal reinschauen sehr gerne wird auf jeden fall sehr lustig leute denn santa jules ist am start mit ihrem sack ich habe auch was mitgebracht das heißt ihr könnt was gewinnen also lohnt sich auf jeden fall vorbeizuschauen wie gesagt 18 uhr bis 24 uhr seid dabei wenn ihr bock habt und dann sehen wir uns gleich nachher auf 18 uhr auf twitch ihr wisst ja wo ihr mich findet und bis dann